Guten Tag, ich bin der Guido. Ich bin der Guido aus der Akustikgitarrenabteilung und habe euch, wie ihr hier schon sehen könnt, mal was ganz Besonderes mitgebracht. Die meines Erachtens nach schönste Gitarre der Welt. Eine Taylor Custom Style One in AA-CoA-Ausführung mit Bloodwood-Binding, Ebenholz-Griffbrett. Einfach das Feinste, was man wohl aktuell kaufen kann. Wenn man sie ein bisschen gegen das Licht hält, sieht man wohl schon, wie dreidimensional dieses Holz, die Maserung des Holzes im Lichteinfall wirkt. Und das Ganze rundherum, abgesetzt mit rotem Blattwood, schöner kann ein Musikinstrument wohl kaum werden. Wie ihr auf dem Innenlabel sehen könntest du diese Gitarre mit der Seriennummer 83 versehen. Das zeigt die Exklusivität dieser Instrumente. Es sind wirklich maximal 400 Gitarren im Jahr, die bei Taylor, einer Firma, die ansonsten 60.000, 70.000 Akustikgitarren pro Jahr macht, in dieser Art gefertigt werden. Es ist eine Custom-Fertigung, das heißt, es ist jede mögliche Holzkombination, jedes Binding, alles veränderbar. Man kann sich seine individuelle Gitarre bei Taylor machen lassen, mit der dementsprechenden Wartezeit. Wir haben für euch aber immer eine gute Auswahl verschiedener Instrumente dieser exklusiven Baureihe vorrätig. Ich spiele noch etwas. Ich spiele noch etwas.